Der in Rotterdam lebende niederländische Künstler Evert Den Hartoch ist ein Meister der Tierdarstellung. In Fotografien und Bronzeplastiken hält der studierte Bildhauer vor allem Vögel und Zootiere auf einzigartige Weise fest. Die ausdrucksstarke Plastik, Raya in der Sonne, zeugt von der besonderen Beobachtungsgabe des Künstlers. Typisch ist die Haltung des Vogels mit den bogenförmig ausgebreiteten Flügeln. So kann er sein Gefieder optimal in der Sonne trocknen. Den Hartoch wählt stets einen charakteristischen Moment für die Darstellung aus. Oft ist das eine spezifische Bewegung wie der Sprung eines Raubtiers oder die Landung eines Greifvogels. Diese Szene fängt der Künstler ein oder friert sie ein, wie er selbst es nennt. Obwohl den Hartoch bevorzugt mit eigenen fotografischen Vorlagen arbeitet, beschränkt er sich nicht auf eine naturgetreue Abbildung der Motive. Durch eine behutsame, formale Reduktion gelingt ihm eine gekonnte Stilisierung. Und so werden den Hartochs Plastiken zu Charakterdarstellungen der Tiere. Auch die Bronzefigur Raya in der Sonne verkörpert eine Persönlichkeit. Mit eingezogenem Kopf und in sich ruhend genießt der Raya das Sonnenbad und strahlt eine stille Zufriedenheit aus. Die hochwertige Bronze-Skulptur ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und von Hand patiniert. In einer limitierten Gesamtauflage von 99 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Möchte Untertitelung des ZDF, 2020